So, ich spiele jetzt die neue DLC-Spielerwitterung von Towers Battlefronts, Odorims. Mal schauen, was sie jetzt beiwarten. Gut. Gut. Also. Ich habe mich hier ein bisschen. Tipptopp. So. Aha. So. Let's go. So. Mhm. Aha. Plasisch. Fracht erbeutet und gesichert. Stell. Oh. Ach. Ja. Vergnützt. Einen Weg genommen. Aha, die Fracht. Alles klar. Warte. Nein. Hat man den ja auch abknallen? Das ist ja bei mir, der Double. Ha, ha, ha. Den muss man abknallen. Ha, ha. Ha, ha. Nein, ich sehe nichts. Ich komme mal auf die andere Seite. Die Rebellen haben ihre Fracht in Sicherheit gebracht. Ach, auch nicht. Super, von hinten. Das geht nicht, was sie machen. Das geht gar nicht. Bäm. Was? Eben, tot. Entschuldige, Sorgen. Oh. Ich gehe nach oben durch. Ich habe jetzt gerade eine super Waffe. Imperiale Frachtkiste gesichert. Ah, 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 ah. Ah. Und Schüss. Bäm, mitgenommen. So, jetzt hole ich mal meine Spezialwaffe. Boom. Ich habe ihn noch nie probiert. Ich wollte ihn einmal probieren und er hat mich genommen. Macht nichts. Wo bin ich da? Keine Ahnung. Ich bin da falsch. Ich muss da drüber. Das sieht schon geil aus. Der neue Map ist einfach geil. Die Fracht ist in unseren Händen. Ja, ja. Ich komme da drüber. Jetzt wollen wir die neue Waffe ausprobieren. Das sieht geil aus. Ein anderes Mal. Unser Ramm ist hier. Ah, bitte. Hm. Nein. Nein. Ja. Komm da. Komm da. Ich habe dich recht. Was fällt da rein? Und Schiss. Uiuiui. Glück gehabt. So. Gut. Ah, wenn ich durchgebe. Strategisch natürlich. Geht. Die Rebellen haben die Frage. Haltet sie auf. Nein. Sorry. Hm. Verhindern. Super. Das Rebellenpark hat seine Fracht zur Basis zurückgebracht. Aufpassen. Ah. Nübben. Ah. Nübben. Ih, das ist nicht, was du. Ah. 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 das sieht geil aus was sagen habe ich ihn erwischt so jetzt ich hier hoch gehe nochmal mich bücken von hinten wer ich habe mich da so schön versteckt bringt auch nichts die 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 das darf nicht wahr sein ein schuss und der hat mich das ist unglaublich nicht geht aber nicht nein das darf nicht wahr sein er kommt gerade raus einfach die zwefell gibt es einfach nicht scheisse zwefell Nein. Also gut, dann halt nicht für du. Versuch ist anders. Wo bin ich? Aha, jetzt weiss ich. Gebt es nichts. Oh, du Spurb. Nein, ein Schuss. Der hat ein Schuss brucht. Das ist unglaublich. Was ist ein Schuss? No, wir wollen. Ich weiß nicht, wir wollen das nicht mehr. Das Rebellenpark hat die Frachtkiste erbeutet. Ah, ah, ah! Wow! Schnell weg! Die Tod. Jetzt war meine Schnauze voll. Es muss auch von dort zu nachher sein. Und tschüss! Ah, Mann! Hm. Jawohl! Die Rebelleneinheiten haben die Frachtkiste erbeutet. Gerade beide Quillen. Nein! Meine Waffe war noch zu heiß. Die Rebelleneinheiten haben sie über die Flachkiste erbeetet. Die Flachkiste erbaut. 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 Ja gut. Die Flachkiste erbaut. Die Flachkiste erbaut. Die Flachkiste erbaut. Ich habe ihn mitgenommen, ich habe ihn mitgenommen, das ist egal. Hä? Was war das? Die Fracht ist der Allianz in die Hände gefallen. Gibt es nicht. Boom. Wir haben die Fracht. Bring sie zu unserer Basis. Ich habe ihn mitgenommen. Ich hatte die Fracht.